Ich hätte noch eine kurze Zwischenfrage an die Leute hier. Ich habe vorhin das Buch ausgestellt, Eurotopia, Gemeinschaften in Europa. Das hat sich jemand genommen. Es ist dazu gedacht, dass man es lest. Und wenn man es nicht mehr braucht, dann an irgendjemand weitergibt, der es auch lesen möchte. Es ist nicht dazu gedacht, dass es einfach in irgendeinem Bücherregal verstaubt. Also ich verschenke es, aber bitte nützt es so, wie man es nützen sollte, dass die Information immer weitergegeben wird. Danke. Bis zum nächsten Mal.